Freunde, lange ist es her. Willkommen zu einem weiteren Ommö-Video. Ich mach wieder eine gute Musik. Brand new, we've got no key. Tell them I close, no stash, please. Soon as I nut, you can go. Freunde, Ommö-TV, ihr kennt es. Wir mobben Menschen, wir motivieren übergewichtige Menschen ins Gym zu gehen. Und wir klären uns weibliche Homo Sapiens. Das ist quasi der Content auf Ommö-TV. Freunde, aber erstmal wirklich vielen, vielen Dank für den ganzen positiven Feedback auf die letzten Videos. Versprochen, der Content, der jetzt kommt, wird noch viel wilder. Deswegen, ihr kennt das Prinzip, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Über 90% haben nicht abonniert. Liked das Video und kommentiert für den Algorithmus. Jungs, Boys, Support, Boys. Aber genug geredet, okay, wir kennen das Prinzip. Ja, immer die Intro, let's go. Shake it, shake it, shake it. Bist du echt? Ja. Komm, der hinter der Kamera zeigt mich jetzt Jumpscare. Sagt 19 mal 19, was ist die Antwort? Leute, 10 mal 10 sind 100. Ich glaube, ich habe falsch gerechnet. Ey, Manetti. Manetti. Kennst du Manetti? Nein. Dieser Dicke, der jeden Mob bei Angelo. Angelo, Angelo, Angelo. Du siehst aus wie er, Bruder, ja. Aber ein hübscher Bruder, jetzt. Boah, war das schwul am Ende. Warum hat der mich geküsst, der Sohn? Ist dein Type aber Talons? Was ist denn, Deutsch? Surfer Boys? Bist du lesbisch? Was denn? Ich habe einen Freund. BBC? Ich habe einen Freund. Du kannst doch trotzdem Type haben. Was ist dein Freund? Wie sieht der aus? Ja, Lacoste trägt der und so. Ist dein Talon? Ja. Wir bleiben im Ghetto. Leute wollen hier Rapper werden. Warum wollen so viele Rapper werden? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Was willst du werden? Lobbyist. Was ich werden will? Rapper. Rapper. Lobbyisten sind sozusagen Leute, die sich in eine Firma einsetzen und lügen. Aber die lügen nur für Geld, oder nicht? Hä? Voll wild. Lass das machen. For real. Hast du Mikrazus da unten? Nein. Ist einfach so eine weiße Wand weit. Was machst du hier? Du bist die erste Person, mit der ich rede. Ich will auch der Beste sein, mit dem du redest. Ich muss aber gleich Essen machen. Ich kann nicht lange bleiben. Also quasi, wenn ich weg bin, gehst du auf. Hallo. Hallo. Warum hast du so einen Baum hinter dir? Das ist eh voll. An der Wand. Ehe was? Ehe voll? Ehe voll, ja. Hast du auch Ehe leer? Bist du Türke? Nein. Was bist du? Meine Mutter kommt aus Rumänien. Kennt sie Andrew Tate? Ich glaube nicht, nee. Der ist eigentlich nur Rumänien, oder? Ich weiß, er war auf jeden Fall da im Gefängnis. Free Andrew Tate, aber, ne? Ja, ich glaube, er ist mittlerweile sogar viel. Ja, er ist halt Hausarrest. Aber lieber Hausarrest als Gefängnis. Lieber Hausarrest als irgendwie ver------- zu werden, oder so. Ich finde doch, lieber Hausarrest als, klar, so, weißt du? Also Hausarrest als größer-----. Lieber Hausarrest als nochmal 9-11, oder? Hahaha. Kurden safe. Bei der Nase safe, Kurden. Bist du Kurden? Ja. Oh mein Gott, oh hell no. Oh, holla. Ehe, was genau? Das ist wirklich Indisch? Nee, das ist echt Indien. Oh, ich bin mir die, bin mir die, bin mir die, bin mir die. Bollywood. Ja, ja, ja. Do you know this song? Hahaha. Aber warum feiert dieses song? You know what we hear, over here? I will show you, okay, duduk. You like it? Yes, I do, it's nice. Apa, kiaa naam hei? Hei, meere naam sanskriti hei. Asla wa sulaan amunasiki. Wie soll ich das again? What? That means, my name is sanskriti. Sanskriti? Skrpapa. What does that mean? That means, like, you're beautiful. Okay, so you think I'm good looking? Yes, you are. You are handsome. Die hässliche will, dass ich sie kläre, amunasso. How old are you? I'm 19. You like curry? I like, of course I like curry. Like Steph Curry. Steph Curry. What's that? Like the basketball player. Steph Curry. Three. Okay, so put your Instagram, I will write you. I don't have Instagram, I have Snapchat. Ihr Name wird jetzt Curry-Tasche 1, 2, 3. Bist du auf Stream? Nein. Du? Ja. Warum bist du so halt unten, Alter? Keine Ahnung. Okay, warte. Ja, ja, Digga, guck mal. Du musst, also. Naja, also wir füllen mal mit der Zone gekommen. Warte, bist du auf Discord? Bist du auf Discord? Nein, ich hab keine Freunde. Boah, du siehst stabil aus. Zeig mal. Dankeschön, du siehst stabil aus. Ich sehe, es war nur die Hälfte, aber. Aber meine Kamera ist so weit. Eee, ich kann mich auch sehen wie ein Minion. Und ich hab mir heute Piercings gestochen, deswegen kann ich nicht so hoch sitzen. Nippelpiercings? Deswegen muss ich so unten sitzen. Nippelpiercing? Nippelpiercing? Okay. Fangen wir mal noch einfach ein letztes Mal. Darauf kann man keine Antwort, darf man keine Antwort geben, weil man soll seine Sinten nicht offenlegen. Hä? Ey, was geht ab Dortmund-Fans, Hartz-IV-Empfänger. Nee. Aber was lagen Sie so? Aber Dortmund-Fans. Nein. Was denn? Wir gehen bei der Arbeit. Heiß? Ich bin ein Almenpfleger. Und ich mach grad noch ne Ausbildung zur Ärztin. Ausbildung zur Ärztin? Warte mal, wie? Ja, jetzt mach die Ausbildung, dann geht sie studieren nachher. Aber du kannst dich nicht als Ärztin ausbilden. Krankenschwester, natürlich. Ja, Krankenschwester, aber keine Ärztin. Ja, das ist das Gleiche. Nein, ist es nicht. Ich hab genug Warnheit im Scheiß, ich brauch... Normalster Thilo-Fans, so stell ich mir so eine Fans vor. So stell ich mir so ein bisschen vor. Sind das bei dir nicht dauernd Displays? Ja. Sind die gut? Das Haar-Wort war zu viel. Was? Warst du das? Nein, nein, das wollte ich nicht. Okay, alles gut. Rede doch direkt mit dir. Rede. Nein, du bist echt hier richtig... Rede! Du bist echt hier richtig, Sweet. Ich rede lieber mit ihr als mit dir, du Scheiß-Marzi. Es geht grad nicht um dich. Halt's Maul. Um dich auch nicht. Es geht um die Displays. Es geht um die Bilder an der Wand. Kannst du mir eine Nummer geben ganz schnell? Alles gut, ja ich bin auch raus. Warte, 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 warte! Ich kann mir mein Insta geben bitte. Ja, okay, ich kann mir mein Insta ganz schnell. Der skippt sonst! Wer soll sich das merken? Skipp, Bruder, skipp, skipp! What's your favorite artist? Janissar! Warum sind ihre Zähne so schief? What does that mean? Janissar means I can my soul and Nisar is like I can give it to you. In Deutschland, the same means like Hurensohn. Hurensohn. Yeah, we say like Du Hurensohn, you know? Janissar. Yeah, so I said it in my language, you say it in your language, okay? Janissar. Du Hurensohn. Woher alle? In the name of Rahman Rahim, sag doch Jumpscare! Warum siehst du so aus wie eine Puppe? Ich nehm das als Kompliment. Nein, war's nicht. Warum hast du eigentlich so ein Cut hier wie so ein Kerneck? Sieht cool aus, ich schwör sie cool aus, aber also so ungewohnt. Soll ich auch machen? Denkst du, dass wir cool kommen? Ja. Ich bin Brasilianer, du? Deutsch, Franzose. Dein Arsch ist kein Franzose. Mein Vater ist Franzose, aber ich hab keinen Kontakt zu dem. Ja. Oh, ist der Milch hochgegangen? Legende! Hallo. Hast du dich gar nicht kennengelernt? Findest du's lustig? Ja, unnormal, for real. Halt's Maul, ich kenn meinen Vater auch nicht, ist nicht lustig. Forza Italia. Warum versteckst du dich, Bruder? Warum versteckst du dich? Ich versteck dich doch. Doch, Bruder. Ich zeig dir so meine Flagge und dann komm ich aus der Ecke. Victoria's Secret sagt ich dir. Was ist Victoria's Secret? Eine Unterwäsche Marke, aber das ist mir zu toll, deswegen hol ich mir nur das Bodyspray. Nein, was ist Victoria's Secret? Eine Unterwäsche Marke. Was ist Victoria's Secret? Secret. Bist du blöd? Du bist blöd, du hast die Frage 3 immer nicht verstanden. Bist du Kurdin? Nein. Warum hast du eine große Nase? Wie alt bist du? 15. 1 Warum lachst du so wie eine Bremse? Jalla tschüss, ich mach mich nur mit jeder Minute mehr strafbar. Priviets. Priviets. Kakdila. Ey Rufik. Götze Nüssi Kim. Weiter kann ich dich. Was? Ich kann nicht alles noch zu groß. Ich hab Arabisch geredet. Das ist ein Hauptschüler, seid ihr Hauptschüler? Ja. Ja. Erstens seht ihr aus wie Hauptschüler, no fraud. Und zweitens, ihr benötet euch auch ein bisschen wie Hauptschüler. 2. Was? Ich hab sogar 2. Ananas. Hi Ute. Hi Butter. Was? Du bist ein Mann? Du bist Butter. Was? Was ist das? Deine Hose ist das. Maslaboyka Butterfass. Was? Deine Hose ist das. Was? omesausausaus. Was? Der Hose ist das? Nein. atie wie Verein. Nein. Bitte nicht. Ich liebe deine Videos. Ich liebe dich instagram. Ver redesignate dich diese Mädchen. Wiraient diese Mädchen beim creditschen. Wiransen dieser Abfall. Das können sich ausfragen, wircznie untereinander existieren. Warum? Hast du das著acas aus? Nein. Ich verstehe nicht, was du rauskommst. Was bist du denn? Söre, Söreide. Femep. ASLAMER! Ey, der ist YouTuber oder so, ich kenn den. Okay, Bruder, bitte, Bruder, sag mal, ich brauch jemanden, der mein Outro macht. Bruder, sag mal Barca, aber so ein bisschen mit Elan so, weißt du? Barca!